Guten Morgen. 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 dann die Arche haben wir versprochen. Wir haben aus dem Dala-Mond, wir haben die Dala-Preacher und so weiter. So haben wir betrieben. Aber wirklich, nur Gott sehen, seine Gemeinschaft und nur Gott sehen will, dass Gott hat geplant. Ab da steht, können sie nur nicht beschuldigen, wen es sagen, ob das hier geht, nur Gott sehen will. Heute hat die Information, heute hat er alle von Gott in Wahrheit, was er lebend hat. So das ist, was hier gehört, in diesem Fall ist, was wir hier kennenlernen sollen. Keiner können uns beschuldigen, und heute wir in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist die Hauptsache von uns aus Führers. Wenn wir aus Führers die Gemeinschaft, die wir mit Gott aus Neuheit haben, dann wird unsere Familie für sicher auch im Himmel nur mit Jesus tot sein. Für sicher. Nicht so? Dort ist, was wir hier sein sollen. Wenn es Noah, der wir dem Mond, heute wird die Gerechte in Gott seine EU, und heute wir, heute haben dort vorig gemacht, die Familie abgetragen, dort der mit Amt in der Archie in der Gegend. Dort haben wir sein. Dort ist ein ganz, das ist ein klartes Bild, was wir hier fangen sollen, wo Noah belebte mit seine Familie. jetzt. So, von der und davon, wie wir sehen, dass die Welt von der ist. Weit ihr, wort du fehl, so ja fehl ist. Von der und nach ist, dass die Mannheit, die Mannheit, die sind wirklich unter attack, sozusagen. Wenn wir nicht weiter unter attack, wurde es, dort die Suth und der Schauf, das ganz dollste, dem Dämonen amortig zu kriegen, in diese Welt, dort die Mannheit nicht mehr als ein Leder schauf nehmen, in diese Welt. Dort ist was Suth und nur ütterst. Wenn wir in den Mond kompromising werden, wie geben werden, sich Lechluten merken wollen, in seinem Leben, dort man zu für den Haft Suth und wird gewonnen, die nicht mehr seine Verantwortung, wenn sie eine Lehrerschaft in diese Welt. Mannheit, die 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 ganz verantwortung in diese Welt, dort sind Mannheit. Wo wenn wir dort sein, im Präsident, im Prime Minister, wenn dort so eine Früh sein, dort ist nicht wirklich eine Früh . Hanni hier da joh. Wo die Handi hier in der Früh es up goes to go met hoffen über den Mond, da es du Hanni stahl dem Top Leadership nehmen in der Welt. Im Lund, im Heim, wo immer dort ist, die Mannheit, dort sind die Leadership nehmen soll. So worum ist hier in diesem Fall nicht Noah seine Früh abgenommen. Dort wird sein, wenn Noah Verantwortung mit seiner Gemeinschaft mit Gott, lebt sein Leben zwischen Gott und seine Früh und seine Familie in der Archene die jingen nicht unger und ihr Wut so wie aus Mana wie die so tun wenn die Mana do in dieser Welt dann hat die dort mich bescheckt wird dort wo wir aus Mana so ein Motto sprechen so wie wacker sind so wie mutig sind so entschlossen sind so aus Jesu wie Moses der Jöf hat diese Gemeinschaft mit Jesu aus Moses gestorben hat dann sagt Jesu sie mutig und sie entschlossen dort wird wie Mana sein wie aus Furasch wie diese Verantwortung drehen dort wir mutig sein wir entschlossen sein dem was wir wollen dort wie ein Ziel haben wo wir haben dort ist was wie aus Mana sein denn dann ist dort wichtig dort wie ein Grund haben dort wie uns glauben auf den Grund Jesus Christus steht dort ist was uns wird durchführen das neue in seinem Leben 3 3 vielleicht meia vielleicht meia oder weniger dann hast du mal ein study getan dann hast du mal mit study getan von vora schaaf und von vora scher verantwortung ich wollte was das ist was ich lesen das study was mit 2% ist was das ist aber es ist in study was 63% of youth societies are from fatherless home suicidal treues hast dich percent wird du jüdliche sich das leben nehmen dort es von so ne hemer wo fuder schnichte verantwortung nehmen treues hast dich percent that's what studies show und 90% of all runaway children are from fatherless homes when du chenya away heran von thys dort sind 90% von so wo die fuder nicht thys sind 90% so wo ein fuder seine verantwortung nimmt seine stellung nimmt dort 10% sein wo du chenya thys wohn sondern chenya aus dort in 85% and of all children with behavior disorder are from fatherless homes wo meint it fievent tarnich percent kenya wo du so an juhus sein they have behavior disorder they can sie nicht to beheb they want sie nicht to controlling they kum von fuder los isa 71% of high school dropouts are from fatherless homes 71% but so all son wo den fuder nicht hüus has 74% von chenya wo du den fuder nicht hüus hast so son wo du in so he man an kum down wo die mad drug addictions son n den aus dort so in the lowest chen here roughly about 75% 85% of all youths in prison are from fatherless homes 35% von juhn wo von der in jail saht und die kum von so ne hüsa wo fuderschnicht saht would you would me this a gud when I studied what what you studied word then get me dot so steht we us for us we do from there na familie rom ham wo we tu sind wo ne we an so ver antwo tun to man sa familie na got to is we us dice we gleichen to schoven ec wo bus for me sa no sa ken jung a fura via wad ag n tre chen do ec wens ec ho ma t gen un france chen wo ec wo ec nu ut via as ec wo ec wie min ziel ho ec so j sa I want to be somebody ec well in ni et hus ec hand le chen ni for and ec really ec død so ne decisions merken død død ec død so tight on jeng ec mus mes schoven død ec næth næth død næth død Voraus wird er von dir nach Thyssen und wird er von dir auch noch in der Family-Raum haben, wo viel Zeit ist. Nehmen die nachmögen deine kleinen Jungen und sagen die auf der Flur zu holen und spielen du mit deinem Traktor-Tob in sein der Taub. Dort wollen so eine Dinge sein, die die Jungen niemals wollen vergeten, wenn die dort waren. Die Jungen, die Jungen, die Jungen, die Jungen stegetan. Dort waren die nachmögen. Nein, dort was ich in den Armutkampen. Die checkt du was ich do. Oder das ist da du als du inw simplemente fragst mich mit Freib. was habe ich das gebührt? was habe ich dort gebührt? was Verhältnis von dem und so weiter. Dann dort, wort du wichtig ist, wort ich sehr wichtig sein, wo ich auch so ein Kwartekommen bin, dass wie uns die Jungen in der Level-Stelle da und dann ein Relationship bezieht. mir wird das ein Statement sehr, sehr wichtig Love and Time Equals Relationship Love and Tid Tot Jaff Relationship Totet, tot Bühnen Madichinha Vertau Totstelle mit Kleine Tinger Wod wie du sein De Kleine Tinger Wod wie mit Deutau Sonst leertstelle Nehmtid für De Kleine Tinger Tot Wod vertalende Tinger Wod wie haben wir in die Gemeinschaft gekommen Vier muss dann vertalende Ganz von selbst Wod wie würden gleich Nicht defuzt du ganz Rüttreten Wod wie wird vertalende Tot wahrlich Du mitgenang Oh kein Bedefrau Du mitgenang Versehen Langsam Wod wie haben Hebe vor Und dann Vortig Und wie sind Nachmohin Bietje so Besiedgerud Und wie sind Am Gravel Abgerud Und so Wod wie dort Stierhostig Wurden ganz Trehter Wo wurde Hange Da Wo dort Vortig Aufhang Troll Nicht Aber wo ist Ganz Nicht Läschen Vielleicht In Jahren Seht In Ditch Wod wie Isch Am Gravel Abgerud Da Wann Wie Langsam Trehter Wagen Und An Triebe Und Bevor die Hören Kontroll Und So Kweik Zuerst Mit Tinger Wann Tinger Nachmohin Vort Verteilen Wurde Anst Nicht Interessiert Dann Wurde Langsam Du Versenken Rüte Weng Nicht Der Hörst Dich Wann Rüte Rüte Schlüfe De Tau Ich Würde Uns Junge Fudasch So Er Motos Spreng Auf Der So Steht Die Nehmt Diese Tee In Büt Gemeinschaft Ich Denk Dann O Noah So So Noah Haff Mäzine Sehns Haff De Met Gekrie Und So He Haff Geschafft He Mott Nich Hain Bloß Ugefangen Mit Die Jungen Gemeinschaft Schlippen Was Dort Ist Dann Grote Jungen Was Er Befried Jungen Was An Er Jo No Wut Haft Von Jungen Ugefangen Haft Von Jungen Ugefangen Mit Jungen Gemeinschaft Schlippen So Wie Aus Vodach What We Do A Godly Father Leaves A Legacy In Jattel Jaffur Der Lade A Legacy What Is A Legacy A Habengut Jattel Jaffur Der Er Nicht So Begun Am Dort E Wollen Übers Schoffen Dort An Se Hände Wenn Dich Ich Wollen Befried Dich Wollen Nie Hüch Chir Dich Wollen Nie Kort Chir Jattel Jaffur De Chickt On Wollen E En De Hort Nen Plone Dort Wollen Luta Wollen Ich Wollen Ich Ich Wollen Ich Wollen Ich Wollen Die Generation Du Hänger Wollen Du Hänger Kommen Wollen Wollen Eine Generation Wollen Dich Dort Ein Godly Father Wollen Dich Wollen Ich Dich Dich Lich Hier Sonst In Matthäus Kapitel Saßt Wollen Dich Sag What Saßt Du Seid Dort Ihr Sto Gott Zinn Dich Das andere wird und alle tauschen. Dort ist der wichtige Punkt, wie es vor ist, dass wir dort Ziel haben, was die Generation nun ist. Wir sehen dort in den Euren Testament so viel, wo Gott sagt, dass ich in der Generation war, wo ich für immer sehne. Für immer. Ich habe vielmals gedacht über die Farschen. Wo geht es dort? Wo wird Gott nicht mehr von dem Eure Testament aber in dem Neue Testament, wo wir immer gesehen haben, wo wir dort haben. Ich sage, I will be with them forever. I will be with you forever blessing. Wo meint das? Was wird dort gemeint? Wenn du vorst, dass du dann an den Eure Testamentlichen Zeit hast, was du ein jährliches Ziel geholt hast, dass ihre Familie so jährlich sein soll, die Generation wird einmal wieder gehen, die wird sein, dass Jesus in der Zeit durchgehen und die wird sein, nur Jesus in der Zeit gehen und die wird noch einmal gehen, und die wird gehen, aber Jesus wird trinken. Dort, wo heute auch fangen zu sehen, ob das sie ihr, durch das Eure Testament, durch das Neue Testament, aber Jesus wird frisch gehen. Dort ist, wo heute sage ich, ich will ihn sehnen forever. Wenn du fangst, dass die Generation an, aber die wird gehen zum Himmel und gehen, aber du wird die Generation gesehen. Dort, wo ich verstehen kann, wo Gott sein kann. Wir sind vorerst, weil wir wollen ein Habengeld lohnen. Dort haben Geld, wo wir nicht sein können, wo wir vom Himmel sind. Dort haben Geld, wo wir in Horten, wo die Gemeinschaft mit Gott, wo wir dort wieder bringen, wo wir uns vorerst. Dort wird die ab der letzte in der Graz in der Dierste sein für euch in Amma. Dort ist der Barste. so wie hängen loten in Legacy. Dort ist for sure what we do. We do und wieder in what we do Legacy, what hängen loten down, dort ist what we do nant plan down, what we ryt geben down, what wir tjenger mit haben, wie wir vorerst. So wir vorerst, wir verdrehen eine große Verantwortung. Und wir haben die Verantwortung, dort wir vorerst die Lädung nehmen und das Gäsel und so wieder. Vielleicht hast du mal so, dass die dinge so, na, ich habe das Gäsel getrimmelt angelebt, oder nie. Ich kann nie nicht sagen, dass das Gäsel getrimmelt angelebt, nie habe geirten, nie war geoffen, nie war geoffen, geoffen, no, no, aber nicht teuer hostig, weil wir waren nicht haben, dort wird steady immer geduhen, und dann werden wir bloß anfangen, langsam, und dann werden wir nennen gehen, nicht hostig, dort hat alle crashing da, wie aus vora wie sind die größte Influencers in unserer Familie. Was immer wir sein, was immer wir uns verhauen, wie aus vora sind die größte Influencers in unserer Kinder. Wie weite dort? Ich weiß bloß von meinem Vater aus, ich nenne Jungen wir. Mein Vater ist der erste Vater Tag wo ich ohne Leben da. Das war ich. und das ist vorbei. So whatever mein Vater hat ihn erloten, das war dahin geblieben. Und wie wir waren eigentlich die treten da. Das mein Vater hat mich hier da. Er hat mein sehr Gäude den Jüliot. Wo ich sehr danku für sie. Aber ich hatte aber mein Vater war die starke da. sein. Und mein Vater soll nicht mal einen Fehler haben. Das soll sein. Das war auch ein Checken Guide. Ich weiß wie wir in Fehler hoffen der Futter wie das auch. Aber dort war immer dort wie das im Hort wird und ich will haben mein Futter sein. vielerloser Futter sein. Aber soll es special sein. gesagt wurde hat viele Fälle für mein Vater. Und wen bin sehr stolz von meinem Futter. Hat der immer alles reichen mehr? Nein, der hat nicht. So ja, wie das Futter ist ein großer Influencer. Und mein Vater, ich denke, mein Vater hat von den so hoch Schatz da. Das steht. was ich nach Jungen wir min dad wenn ich vor wo immer dort sind wir ich meine älster Bröder wie wir wenn man trakt werden oder wir oder whatever wir haben verschiedenst das haben mein Futter gehabt. Aber ich sage morgen dem mein Futter ist ein Egal da ist nicht. Mein Futter wenn das ist ein Kochkauf und ein Lus Kipps dann wir alle drei mit den Kochkauf trinken und die Lus Schipps Eben. Das ist really special to me. Wenn ich drei denken mein Futter ist da to me that means a lot to me. Ich weiß dort mein Futter den Egal mich nicht. Ich kann nicht sein Kochkauf trinken. Von der Dach habe ich nie nicht für das geschoben. Aber wenn ich mich den Kochkauf mehken ab unkass oder mehra whatever ich hatte den ich sagte wenn ich nicht habe ich zu essen dann schmeckt mir den drink das schönste häng rong drinken. Wenn die chene hat noch fach mit eten die war vorig dann stand mein voller drink nach amma. Gass werde jingt von drinken. Und die chene die mers üt baut eigentlich nach baut mir. And I was proud of it came mershainu they meh they meh they meh so for they are they are befreed right min drink to hard to go and them drink to fun that means a lot to me so I tell you they do to yes you that so they love it they for us they chene they well met in for top and you mind so the food they 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 well we I don't get out of seeing when I I I like well I can I say that I don't all perfect for me with the family but I am so thankful for the people we can have the family for me it so special I can I can see for me it very very special and it is so we that we are for us that we have relationship with our family up even for us with their daughter when for us with their daughter the relationship when they go to us between mother and daughter so I feel with so a daughter that I see people be young and have that very great Schwierigkeiten to be so so wichtig to be as for a gaud her to have us to see that they can follow that I see my father he cares for me he cares for my heart heart I can have in your heart a empty spot when the father did not the life of God found that uplifted and large people who are from you from you are old people are the family have the people and their father have really life that they really life from their father that my son brother un said when food the life have they were not so so light and sinful when food are the people in their heart fell they were not so light that you were told I think here the life I would I mean that I think that is so important that we so a life is now we in gerag the moon sin what the community between us and God that that the community so 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 americas we as for us that what in grudas seen for for us for us for how about this when we as for us would on the generation they lost up they they that they they learn and they learn and they learn and when that is not we would so long live that they would not they learn and we saw that they did they get they 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 get me and that are the generation what would what would we say it starts today what fang von there um what says the Bible let the king from the king and the hell you shreff we are for the king word the shreff with the shreff word the shreff word the king word the shreff so beautiful was the king seen what the shreff 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 what is shreff 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 Das ist die blessing, was diese Welt nicht betrunken kann. Das geht nicht. Das ist so ein Geld, was da betrunken kann. Das ist such a blessing. Das ist so ein Zeug. Ich habe es nicht perfekt. Ich habe es nur ein Zeug. Wenn ich das klar habe, Love in time equals Relationship. Bloß ein Kind läuft und läuft, ist nicht der whole point. Dort fährt Leute. Habe ich nicht so gemerkt, dort habe ich Gott so gemerkt. Ein Kind hat einen empty spot in ihr Hort, wenn wir vorerst nicht fallen. Wenn wir dort mit Leuten fallen, dann wird die Relationship ab und sein. Dann habe ich Gemeinschaft erfahren, wie das Kind wirklich Leute haben. Das ist wirklich das, was ich hoffe. Die Zuhre fängt, wie das auch so wird. In der Zeitung habe ich gedacht, was Moses bedeutet. Moses aus heute ist wir, das heute kommt im Sturm. Was bedeutet er? Heute hat ein Legacy für Joshua, für Jesu. Heute hat alle abgelernen, tschüss mal. Aber so wie ich das von Israel gelesen habe, jetzt ist es hier die Arbeit. Tschüss, ich gebe die nach diesen Guidelines oder mehr. Was Gott gesagt hat, haben sie wieder, dann der Jesu geht her an. Was der Jesu? Jesu hat mir so eine fene Arbeit von Israel gelesen, wo wir dort. Heute wird ein junger Mann. Jesu hat ein junger Mann. Moses wie alle, heute wird durchgekommen, heute stoffen dort. Und heute hat ein fene Legacy für Jesu. Ich habe so viel aus Fodas, für Anzeichen, ein Legacy für mich. Und die Generation wird wieder und wieder gewohnt. Dort wird nicht für die Sturm, eine Generation oder zwei Generation wieder. Dort wird wieder und wieder gehen. Dort wird Gott nicht sehen, sondern von dir, wie alle im Himmel nicht gehen. Wie Jesus war begonnen. Dort wird ein Dänk, wo wir das. Und ich denke, dass wir uns das alle bekommen. Dort einst mal, dort sind so eine Gedanken, wo wir sind, man andere Generation hat dort ein bisschen zufrieden sein, die in wenn du dort hast, die hast nicht recht abgeführt für den Kind, du hast vielleicht ein Mist gemerkt für den Kind, nicht dort gehen an Vergebung. So eine dann würden sie sein, weil dann verlässt das Kind den Spark beim Übersturm und Freion aus dem Kind wieder konfigieren. So eine Sache, erst mal Anzeichen Seier. Wird das einfach ein falsches Denk, wenn Anzeichen Menschen werden. Weit wir haben viel Mäls und Mäls mit Anzeichen und Ich habe drei und einen zu drei mit und zu vergeben. Weit nicht was they do ein? They even give you a bigger hug. Aber dann die 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 sind. Dad he is sorry for what he did. They hug you . They sind proud of you. That's a real father. what they have on for you. Einmal kamen wir vor der Schacht, wie die Dinge, und wir sollen uns nicht mehr haben. Es ist nicht gerecht, dass wir uns nicht mehr vergeben haben. Es ist nicht gerecht, dass wir uns nicht mehr vergeben haben. Es ist nicht gerecht, dass wir uns nicht mehr vergeben haben. Und dann bräuchte es uns nicht mehr an die Auflösen. Im 1. Kapitel 5, als du sagst, du sagst, du möchtest jüngst für Gott, und dann wird Gott die Not schenken. Wir haben den Vers so lesen. Im 1. Kapitel 5, als du sagst, das ist ein sehr wertvoller Versch, um zu denken, was heute ist verschrieben. Heute hast du ein sehr feiner Outline von uns. Du sagst, du möchtest jüngst unter Gott seine Gewalt geholt, dann wird heute jüngst abbrechen. Und das ist gleich, wenn ein Fuder ein Mistake gemerkt hat, der hat gefehlt an seinem Kind, dass er sich aufgeladen hat, der Kind erlaubt. Nicht bloß wie der Kind, oh, sorry, ich hatte ihn nur so da behalten. Der Kind hat einen Regen dorthand, und er hat einen Regen dorthand, und er hat einen Regen dorthand. Nein, nein, nein. Weitest du, was dort mir steht, wenn wir das Kind vergeben haben, eine Vergebung. Wenn dort ein Kind, so ein kleiner Kind, als wir ihn so leicht lohnen. Wir checken deine Übung, can you forgive me, please? So schön aus, wie wir in die Frächer haben, can you forgive me? Da wird dort ein kleiner Kind, dort wird sich ein genuarmes Mensch mit. Ich sage selbst, du wachst, wo wir uns unter den Label stellen unter der Kind. Dort merkt man ein großer, großer Unterschied. Weitest du, was? So ein Mond, was sie nicht hängen und fragt an Vergebung. Wenn dort ein kleiner Kind ist, dort ist ein real Mond. Dort ist ein Mond. Dort ist ein Mond. Wenn dort ein Kind lehrt, dort, Dad ist nicht perfekt, aber er hat versucht, er hat den Besten. Dort ist ein Mond. Dort ist ein Mond. Wenn dort ein Kind lehrt, wenn dort ein Kind lehrt, er hat nicht blass auf. Heute fragt mich um Vergebung. Wie wir uns Männer, wie wir uns vor uns, wie wir so ein Bild haben, wenn wir dort, wo wir uns lehrt, die Kinder, die waren in der Generation, die waren in der Ugli. Die waren. Dort ist wichtig, wie wir uns vor uns. Wie wir das, 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 in 5 Mose, ich wollte nicht alle Farben lesen, 5 Mose, das ist in Deuteronomy, 5 Mose Kapitel saß. Das war ein Stummel, was Farben lesen, was wir zu finden, was wir abgeschrieben sind, was Gott das Volk Israel gegeben hat. 5 Mose Kapitel saß, wir würden gerne den ganzen Kapitel lesen, aber ich wollte von 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 Wenn Gott siebt, wenn Gott von Horten geht, dann sagt er, hier ist es das. Dann sagt er, wenn Gott von Horten geht, dann sagt er, wenn Gott von Horten geht, das ist das, was Gott noch fragt. Besonders wie aus Horten geht, wenn wir das, wenn Gott von Horten geht, dann wird das wieder und wieder reden, das wird wieder reden, das wird wie wir uns gleich denken, wie wir das reden. Wir sagen das, von der und der Tag, Abraham, was wir haben für ein Vora, haben wir ein Vora von Glauben, und was von der und der Tag noch immer finden, den Legacy, was Abraham will haben, den Glauben, was er hört, das von der Tag geht nach ihm an, den Glauben an Gott. Die geht von der und der Tag nach ihm an. Dort haben wir zu sagen, Gott sagt, er wird Abraham sehen, und das Sönner sei Abraham, wird sehen, du wurden Düsende, Düsende Generations, wurden du gesehen, wo du dich an, dein Hort, dich sehen, Glauben. Das heißt, was Gott sehen wird, so eine Mahne aus dem, so eine Mahne aus dem, was er ganzes Wort, Gott überhielt haben, und was du ganz mit ihrer Säule, und ganz mit dem Leben, das Aller tun, mein Aller kauf, seit ich hoffen für Gott, dem das Daubert, was Gauder durchkommen, mit der Familie. Das ist Gott sein Ziel. Gott sein Ziel ist, dass wir aus dem Generationen, wir sind gelohnt, dass wir nicht hängen geblieben, dass wir nicht vermisst haben. Wir sehen das auch in der Bibel, wo wir das Fingern, in Sprecher Kapitel nehmen, verstehen und aufgerätet haben, dass wir ein langes Leben haben. Und auch in Sprecher Kapitel, vorhin, wenn ich vor Schfeiern saß, du sehen wir das auch, und das Ding ist, was ich würde gleich, uns nach seinem Mutter sprechen, nicht im Schloss, das Ding geht, wo sich, wo ich will, uns Mutter sprechen, besonders uns aus dem Mann. Be consistent. Consistent, dort meint, dort wie steady sein. Steady. Wenn wir immer, wenn wir so zeigen, dann ab einem Stab, du fahrt ein Träger, der Lein, und der, der, du säen, oder planten, oder whatever, du da, was soll ich dir? Dei haf sich, der haf den Träger, der ihm je gesagt, der fahrt sie in Spied, von Anfang, wat eng, fahrt sie in Spied. Wenn er mal einmal, wo in einem Mann, stellhauen, der hat, er einmal sagt, vor der Buzi, vor, ich denke, wir fühlen, hm, something, mag nicht ganz raus, nicht? Dort wie aus Furasch, steady, dort wie steady, vorne, ans Ziel gesagt, in steady, du bist, wo man immer, dit, dort wie steady, reinge, devotions, hat, er hat, mit der Familie, zu beten, eine versiegende Familie, hat den Jepen, den war ich, hoffen, zu halten, consistent. So, wort ihr, dort mit dem, wort ihr, vor dich, wann und vor dich, ist nicht, wort maintenance, zu tun. Dort vor dich, dort hält mich lang. Wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr, dort ein Ding, wenn ihr, dort nicht, maintaining, oder dort nicht, fixen, dann kann dein Problem, ein anderer Problem geben. Kriegst du erst, dort, wenn wir nicht, consistent in uns leben, dort leben, vergaten leben, dort, wo wir dort nicht, consistent sind. Und, kriegst du dir doch, die weiten, wo ein Beacon ist, nicht? What is a Beacon? A Beacon, wo wir in der Lick, vor und dann, wo Schäps und Boots, am Wuternab vor und dann, du wohnst ohne Grund, wo da, du hast einmal ein Licht, dort darfst du, nicht so? Das ist ein Beacon. Dort liegt es, dort, zu wo, zu all den Boots, wo du da, da, wie auf dem Meer sein, oder wo das sein, oder auf dem, Leck sein, wo immer das Dorf sein, dort liegt es, du, zum all den Boots, dort Wiesen, du erst kommst. Kriegst du, weil so ein Fuder, so wie sein, aus dort, wo du immer da, wenn die Beacon mal immer üt, wir, wo dann, da wurden gerne Boots, verbiesternd, dort, wo da, nicht so? So, wenn, so, wie aus Fuder, dort ans Licht, immer klar da, dort, wie ganz von Horten, Gott, immer ware, mit Gott, in die Gemeinschaft, sein, dort, wie ganz von Horten, Gott, da, dort, immer bliehen, da, steady, consistent, dort, das Licht, die Beacon, nicht einmal üt, wenn die Beacon üt, geht, dann verbiesternd, da, kriegt sie da, eine Familie, und ans Osmaner, ans Licht, auf dem Dorf, an dem Dorf, hat es schien, da, nicht so recht zu sein, das, aber sogar üt, geht, an, dass die Familie, verbiesternd, da, weißt du nicht, wo die Hand war, trotzdem, wo die Trofen, so, ergeräutert, Port, hängt von ans Osmaner auf, gut, Dankeschön, für die Hörchen, und, die Osmaner, ich freu mich, dass die Jesus sind, oder, und, 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 sie, so, muss, so, dass ich nie, mordlos geworden bin, wann, wann, du, einmal, hast du, somebody, der, mordlos, ich merke, ich, so, lange, ich, so, bad, you, know what, start it up again, es ist nicht, zu laut, du, jetzt, frech, runterfall, der, ist noch, wo ich, bei dir, der, ist, ich, wo, die, nach, wo, auf, diese, Welt, sein, von, der, ist noch, der, ein, step, auf, einmal, ein, klien, ich, ob, einmal, ich, denke, erst, wir, würden, das, wenn, wir, wenn, wir, wenn, wir, sein, da, wo, gefehlt, hat, dann, gleich, ein, grau, das, auf, einmal, ein, grauten, schad, soll, alles, die, anders, an, so, die, vorig, waren, und, fertig, war, I, I, thought, was in the core, merken, though, was einmal boom, dann, han, in the core top, no, they, did a poor, did a part, what, I, so, is, im, met, but, the core, once top, as, but, the core, 40, has, them, for, 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 krex, as, as, them, on, lebe, dot, v, eint, be, eint, f, down, and, and, dot, 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 dort wie eint wie eint wieder stoppen, und dann fährt er weich gut. Eine Chor jährt nicht, und ein Bum, das heißt der Feuer. Genau. Die Parts, die wurden auf verschiedenen Städten gemerkt, da wurden die Töp gebraucht, und dann war der Chor vorweg. Und dort zwölf wir, und das denkt, nein, tsch, einmal war, wenn ich vom Parts meier noch sagen, dass ich wiederkomme, dass Peter schoffen wird, let's do it. Wer wir für den Herrn schoffen, und wer wir sein, wird die Generation, wird rückkommen. Wird von der Freie, nicht? Und wir wurden in der, in der, nach, wird Jesus ans Wort hier rücknehmen, und wir können durch Stuhl mit unserer Generation, das ist der, was Gott mir gehebt hat, und ich habe versucht, mich ein Bastard durch die Haut, und wir waren, ich merke mich fertig, in dem Bild. Wir als anderen waren durch Stuhl mit unserer Töne und wir wollen sein, hier ist der Gogen, was du uns gehebt hast. Hier selber mit deinem, wir können alle sein, aus einer ganzen Familie. Wird von dort sein. Du wirst nicht, du wirst kein Priester sein, für dort. Gott wird dort sehen uns. Gott sehen, wie du es vorst, sieht, wie du dich mit der Freie, gut im Schlitten, wer du deinem, Gott, mit ihr, wer wir noch einmal überleben. Vor dem Himmel, wir sagen dir, dass du dich, für den freundlichen Verantwortung, die wir aus allen vorst. Wir sind dankbar, für die Mama. Wir wollten dort, wir haben uns gefehlt, wir sind hart gekommen, wir haben uns verhindert, und wir haben uns, was wir gewollten wollen. Aber Herr, wir danken dir für deine Genut, wir danken dir für deine Vergebung. Ich bete, wenn hier in meiner Falle du, sich vielleicht zu feilen, als sie sind, die bei Narben nicht nur gekommen, Herr, die haben hier genug, die haben hier in Maut, die haben hier in meinem Kopf, verweicht die Chancen auf die jeder eine, wer hier ist, dass wir alle mit Maut umgehen und uns in Dienenwahl leben. Herr Jesus, wir beten dir alles in Dienenwohnen. Amen. Gut, dann schön, ich glaube die Juh und die wollen noch was treuend machen, du, wir haben hier noch was Juh und Berners, so die können dann wirklich alle rückgucken und helfen, wo du noch zu tun hast. Thank you. Gott sei Dank, du und Orla hat ein Schrein da.